Ein Paket von der Angelika. Super! Na, das sieht ja wieder gut aus. Prima, Knödel. Ja Paulchen, packen wir erstmal aus, ne? Kaffee. Einmal Post. Großmutters Küche, Spätzle. So, wir müssen ein bisschen Platz machen hier. Für Enkelsohn zum Geburtstag. Oh, schickert Auto. Lebkuchen. Na Paulchen. Was ist das? Ah, Sauerkraut. Prima. Das ist gut. Sauerkraut. Sauerkraut ist immer gut. Kalt. Einmal für Paulchen. Das sind die Dinger, die du nicht essen tust. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich gespannt, Paul. Kann man gleich probieren. Noch einmal Knödel. Prima. Die schmecken gut, die esse ich gerne. Prima. 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 So. Herr Paul, da hast du ja viel Leckerli. Hoffentlich ist tritt auch. Was ist das? Ja, das ist gut. So, ich glaube ich muss Platz machen, ja. Herr Angelika, kann ich nur Danke, Danke sagen. Das sieht ja gut aus hier, Mensch. Aß rein. Super. Lecker, lecker. Na. Dann werden wir gleich mal so einen Kaffelnstück essen. Super. Danke dir, Angelika. So, jetzt werde ich erstmal den Brief lesen. Ja, nochmal vielen Dank. Danke dir, Angelika. Na, der will gleich mal ein Stück essen. Da wird er sich ja freuen. Ja, damit nehme ich Autos. Super. War Pauli? China Scheißer. Vielen Dank.